Hallo und herzlich willkommen bei Waldhof Mannheim zum Live-Ticker. Here we go then, the first half gets on the way. Erste gut kann es vor der Hasten, mit dem Guardien se saisi du Ballon. Oh, Rattacke zu der Dester der Spadarikasa. Jogabola par Romero, ein Goal! Maravilloso! Portet la Glöyper auf den Langballi-Bakrom, sedia og bisdau, juttvon i d'agosti. Alemitsch, le Tibis okonat Branku. A'asaya knalvolda labda, iščeodin kros štravnuju. Jato deftoro goltun filuxenuminon. Das, meine Damen und Herren, waren die 13 europäischen Sprachen, die in den Corpora zur Fußball-Linguistik erfasst sind. Die Corpora umfassen Texte der internetbasierten Fußball-Berichterstattung in vollständig annotierter Form und mit vielen Metadaten erfasst sind verschiedene Textsorten, allen voran Live-Ticker und Spielberichte, aber auch Taktik-Analysen und Einzelkritik. Im Gesamtumfang von inzwischen 78,5 Millionen Tokens. Die Corpora werden angeboten über die browserbasierte Corpus-Analyse-Plattform CQP-Web, in der sich die annotierten Daten bequem recherchieren lassen, sodass auch syntaktische Muster wie dieses hier untersucht werden können. Warum aber sollte man sich mit Sprache und Fußball beschäftigen? Natürlich geht es zuvorderst um Sondersprachen, Lexikologie und Phrasologie, aber auch für Fragen der Oraliteralität ist es interessant. Also wie wird in der Schriftlichkeit Mündlichkeit abgebildet? Für das Verhältnis von Sprache und Raum ist es aufschlussreich. Schließlich müssen im Fußball Bewegungen von Spielern und Ball im Raum geschildert werden. Und das Ganze geschieht immer auch perspektiviert, denn es macht den Unterschied, ob wir einen Angriff aus der Perspektive des angreifenden oder des verteidigenden Teams darstellen. Wir können auch untersuchen, wie im Reden über den Fußball Emotionen sprachlich kodiert werden. Das und vieles andere mehr lässt sich mit dem Kooperat zur Fußballlinguistik untersuchen. Sie können das unter diesem Link tun. Viel Spaß dabei. Ich habe fertig.